Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die 5 kleinsten Städte, die jemals in der 1. Bundesliga gespielt haben. Auf Platz 5 haben wir die Stadt Kaiserslautern mit 100.000 Einwohnern. Kaiserslautern ist eine kreisfreie Industrie- und Universitätsstadt in Rheinland-Pfalz. Der 1. FC Kaiserslautern ist der erste und einzige Fußballverein aus Lautern, der jemals in der 1. Fußball-Bundesliga gespielt hat. Der 1. FC Kaiserslautern spielte mit paar Aufs und Abs insgesamt 4 Jahre in der 1. Liga. In den 44 Jahren in der 1. Fußball-Bundesliga wurde Kaiserslautern insgesamt 2-mal deutscher Meister, 2-mal deutscher Pokalsieger und kam 1999 bis ins Viertelfinale der UEFA Champions League. Auf Platz 4 haben wir die Stadt Neunkirchen mit 46.000 Einwohnern. Die Stadt Neunkirchen ist eine Kreisstadt aus dem Saarland. Mit rund 46.000 Einwohnern ist Neunkirchen nach Saarbrücken die zweitgrößte Stadt des Saarlandes. Der bekannteste Fußballverein ist der 1905 gegründete Verein Borussia Neunkirchen. Borussia VfB Neunkirchen Saar, wie er eigentlich heißt, ist ein Fußballverein aus dem Saarland. In den 1960er Jahren spielte die Borussia drei Jahre in der 1. Fußball-Bundesliga und gewann siebenmal den saarländischen Pokal und scheiterte 1959 im DFB-Pokalfinale an Schwarz-Weiß Essen, gegen die man 2 zu 5 unterlag. Aktuell spielt die Borussia keine Rolle im deutschen Profifußball und der Verein spielt sogar seit 2017 in der sechshöchsten deutschen Spielklasse. Auf Platz 3 haben wir mal wieder eine Stadt aus dem Saarland. Homburg ist mit 41.800 Einwohnern die drittgrößte Stadt aus dem Saarland. Bekannt wurde die Stadt, als man 1986 einen Bundesligisten verzeichnen konnte. Der FC 08 Homburg-Saar spielte von 1984-85 bis Unterbrechung 1988-89 und bis zum Abstieg 1989-90 drei Jahre in der 1. Fußball-Bundesliga. Heute spielt der Verein allerdings keine Rolle mehr im deutschen Profifußball und spielt aktuell in der Regionalliga Südwest. Auf Platz 2 haben wir die Stadt Sinsheim mit 35,3.000 Einwohnern. Sinsheim ist eine Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs. Sinsheim war eigentlich nie für Profifußball bekannt gewesen. Der heute bekannte Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim spielte in den 1980er Jahren entweder Kreisliga B, Kreisliga A oder selten mal kamen sie mal in die Bezirksliga. Nach der Niederlage der TSG Hoffenheim mit 2 zu 4 im Relegationsspiel gegen den 1. FC Stebach und den Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A im Jahr 1989 beschloss SAP Mitgründer und Milliardär Dietmar Hopp seinen Heimatverein, bei dem er mal in der Jugend als Stürmer gekickt hatte, als Investor den Verein finanziell zu unterstützen. Heute spielt der Verein seit 2008 2009 in der 1. Fußball-Bundesliga und man qualifizierte sich sogar 2017 2018 für die UEFA Champions League. Auf Platz 1 haben wir die Stadt Unterhaching mit 25,2.000 Einwohnern. Unterhaching ist die zweitgrößte Gemeinde im oberbayerischen Landeskreis München und liegt südlich der bayerischen Landeshauptstadt München. Der bekannteste Fußballverein ist die Spielvereinigung Unterhaching. Die Spielvereinigung Unterhaching spielte Anfang der 2000er für zwei Jahre in der 1. Fußball-Bundesliga. 1999, 2000 wurde man 10. die höchste bisher erzielte Platzierung für die Unterhachinger und 2001 wurde man 16. und man musste wieder zurück in die 2. Bundesliga. Heute spielt der Verein seit der Saison 2017-18 nach zwei Jahren Regionalliga wieder in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, wo man sich eher im Mittelfeld etabliert hat. So, das war's mit dem Video. Welche Stadt hat euch am meisten überrascht? Ja, was soll ich noch sagen? Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.